so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde minecraft minigames ich bin hier auf dem gommelserver und spiele rage mode und hier hinten ok das hat nicht geklappt ich bin wieder allein hier also in der aufnahme keiner hat es so wirklich bock mit mir aufzunehmen und es war nicht nicht mal jemand da wo den hätte ich kriegen können den habe ich auch das war kacke ja ich wollte gleich mal ein kleines thema ansprechen und zwar habe ich mir so überlegt ich kann ja auch mit der zuschauer was aufnehmen also so einen festen termin ausmachen also ich bin eigentlich jeden dienstag ist so mein aufnahmetag da würde ich sagen ihr kommt einfach irgendwann am mittag so gegen drei oder so drei vier 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 auf dem gommelserver ip steht in der beschreibung und ja den habe ich gekriegt und dann könnten wir ja oder ihr schreibt einfach euren name in die kommentare wie auf minecraft heißt wenn ihr minecraft habt und dann könnten wir teams machen sozusagen das hat ja auch mit in der aufnahme und ja das war so meine idee wenn es euch nicht gefällt oder wenn ihr was oder eine bessere idee habt wie wir es machen könnten schreibt in die kommentare und dann könnten wir darüber diskutieren oder reden ja ja das war es eigentlich so dann sehen wir uns beim nächsten mal ich hoffe euch hat die folge gefallen und ich kriege ich ja das war spaß ja das war es eigentlich was ich so ansprechen wollte dienstag 16 uhr so was ja da oben ist einer wie hat er mich gekriegt bitteschön ruckel ruckel den kriege ich jetzt da wer hat mich da aber den habe ich noch bekommen das war gut und oh shit aber jetzt das war nicht gut oh tot jetzt gehe ich mal mit der combat combat ex mit der combat ex ran ok das war schlecht das war echt schlecht nicht so mutig wo bin ich überhaupt achso hier der ist da drinnen krieg ich den los lauf schneller ja den habe ich und der hat mich wo steht der weil der steht draußen ok hier oben meinte ich hier oben meinte ich oh ne jetzt habe ich die verschwindet ha ich stehe hinter glas das war schlecht jetzt bin ich ganz in der ecke da will ich nicht im flugzeug sind eigentlich immer die meisten fällt mir gerade auf und der haut ab aber jetzt kriege ich dich aber jetzt kriege ich dich genau in dem moment hätte der ja den habe ich ja den habe ich zwölf kills und elf tode nicht so gut nicht so gut ich finde es voll cool dass man das glas kaputt schießen kann wie kommt der da runter geht es da runter habe ich noch gar nicht gesehen das war sehr knapp sehr sehr knapp und jetzt bin ich tot auch wo ist der ah da drüben ich habe direkt reingeschossen tut es dir nicht töten irgendwie hallo ich tue doch direkt da reinschießen und jetzt habe ich die wieder verschwendet hm wo ist der hin da ist einer gewesen nett ich habe null orientierung hier auf der map das ist echt der wahnsinn hatte ich nicht vorher schon elf tode hm wo bin ich hier aus der welt da will ich nicht hin hier rot cool verstand da wer gewonnen hat ah es war schon rum ach so ja ähm ja okay ja ja ähm dann würde ich sagen das war es für heute wie gesagt schreibt in die kommentare wenn ihr mit mir spielen wollt dann bis zum nächsten mal vielleicht dienstag oder vielleicht auch wieder freitag ähm ich hoffe die runde hat euch gefallen tschüss